Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich meine zu Episode 210 oder 209. Ich hoffe, geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid wundervoll in diesen Donnerstag gestartet und alles passt soweit bei euch. Wir sind zurück mit der nächsten Solo-Episode. Letzte Woche mit dem lieben Konstantin. Diese Woche wieder mit dem lieben Sandro, mir, euer Host, it's me. Und der Titel sagt, glaube ich, schon vieles. Also, ihr würdet einfach behaupten, dass das die essentiellste Episode ist, die du jemals hören wirst, wenn du gerade post-prep bist. Weil ich erzähle dir heute alles, womit sehr viele da draußen strugglen, aber fast keiner darüber spricht und man sich dann schnell alleine damit fühlt, obwohl es fast jedem genauso geht. Ich finde es ganz cool, weil ihr habt in letzter Zeit ein paar Unterhaltungen geführt mit Clients, die post-prep sind und die haben mir das so fast schon hysterisch erzählt, was ihnen durch den Kopf geht etc. Und ich habe zugehört und zugehört und zugehört und habe einfach gesagt, ja, ich weiß nicht, woran du redest. Das ist normal. Das geht jedem so. Und man hat so richtig in den Augen der Leute gemerkt, so, ach so, that's normal. Und Fakt ist, dass vieles, was du gerade erlebst, normal ist. Und ich möchte einfach ein paar Dinge durchgehen, die dahingehend wichtig zu erwähnen sind. Und ich habe mir eine kleine Liste zusammengeschrieben von diesen Dingen. Die wird wahrscheinlich nicht komplett sein, es wird wahrscheinlich noch Punkte geben, die ich vergessen habe oder die noch essentiell sind. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas post-prep nicht passt oder ihr überfordert seid mit der Situation oder was auch immer, reach out. Reach out. Schreibt mir eine Message. Weil am Ende des Tages ist 95% von dem, was du erlebst, etwas, was ich wahrscheinlich schon mal gehört habe oder selbst schon erlebt habe. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist kein Mensch, literally fast niemand, es gibt ein paar, aber wirklich, wirklich wenige, sharen die Dinge, die sie verkackt haben. Die wenigsten sharen, dass sie in der Woche 5 Kilo zugenommen haben, dass sie zweimal in Folge gebinged haben, dass sie sich absolut unwohl fühlen mit ihrer Form, dass sie nicht happy sind mit dem Approach. Niemand. Die Leute, die sharen, oh ich habe bisher nur ein halbes Kilo zugenommen post-prep, die sharen auch nur das. Und davon lässt du dich triggern. Aber sie sharen nicht, dass sie sich immer noch wie ein Stück Scheiße fühlen. Sie sharen nicht, dass ihr Hormonsystem im Arsch ist. Dass sie sich eigentlich absolut räudig fühlen und die ganze Zeit Hunger haben. Sondern sie sagen einfach nur, ich bin ja nur ein halbes Kilo über Stage Weight. Passt dir ganz gut, Form passt dir noch. Instagram ist nicht real. Instagram ist die größte Fake-Scheiße. Auf Instagram wirst du niemals die volle Transparenz haben. Niemals. Und darüber musst du dir einfach bewusst sein. Egal wie viel du richtig machst. Dein Gewicht wird dich triggern. Du wirst Momente haben, auch wenn du sonst eine Person bist, die nicht getriggert ist vom Gewicht. Du hast über 20, 30, 40 Wochen lang neue Lows gechased. Dein Kopf wird nicht so schnell hinterher kommen, um zu checken, dass es was Gutes ist, wenn dein Gewicht eher nach oben geht. Und du hast keinen Bezug dazu, wie schnell dein Gewicht nach oben gehen könnte, sollte, darf, muss. Sondern wenn du einfach 500 Gramm mehr auf der Waage siehst, denkst du dir direkt, fuck ich bin fett. Das ist die initiale, emotionale Response, die du haben wirst. Weil du konstant Fat Loss gechased hast und alles was jetzt nicht mit Lows zu tun hat, nimmst du direkt wieder an als, okay, wenn es nicht Fat Loss war, dann ist es jetzt Fat Game. 1. Soll und muss Body Fat Post Prep dazukommen. Du willst und darfst diese Form nicht halten. Es wird dich nur limitieren. That's it. Und 2. Wird nicht jedes halbe Kilo, das dazukommt, Body Fat sein. Im Aufbau ist es ja auch nicht so. Wenn du mit jedem halben Kilo mehr einfach nur fetter wirst, dann wärst du innerhalb von 12 Wochen Aufbau einfach fett. Aber das ist nicht der Fall. 2. Gewichtsschwankungen sind gerade Post Prep nochmal extremer. Vor allem wenn du Dinge isst, die du schon lange nicht mehr gegessen hast. Wenn du deinen Salzgehalt nicht mehr so genau uptrackst und so weiter. Es kann sein, dass mit deinem Gewicht alles passiert. Und es wird dich triggern. Egal wie viel du richtig machst. Du wirst dich lost fühlen. Egal wie viele Ziele du dir steckst. Egal wie deine neuen Ziele ausschauen. Egal, dass du schon deine gesamte nächste Saison durchgeplant hast. Und eigentlich alles schon absolut Sinn macht in deinem Kopf. Du wirst dich lost fühlen. Auch hier. Du hast dich über 20, 30, 40 Plus Wochen an einen Punkt gebracht, wo alles nur auf ein Ziel ausgerichtet war. Dein ganzer Alltag. Jede fucking Stunde von deinen 24 Stunden. Und dieses Ziel dann einfach nicht mehr zu haben in dem Moment und vor allem nicht so greifbar. Wird dich an einen Punkt führen, wo du dich manchmal lost fühlst. That's okay. That's normal. Nimm es an. Überdramatisiere es nicht. Sei dir bewusst, dass es jedem so geht. Du wirst mehr essen, als du eigentlich wolltest. Das wird meiner Meinung nach literally jedem mal passieren. Und das ist okay. Solange du nicht anfängst, komplett zu übertreiben. Und wenn du mal Post-Season, nach deiner letzten Show, eineinhalb Tage für dich willst, und einfach sagst, ich scheiße jetzt auf alles, go for it. Habe ich auch meinen Athleten mitgegeben. Ich gebe dir über ein bis eineinhalb Tage keine Restriktionen. Du machst, was du willst. Einzige Regel von mir ist, kotze nicht. Also stopf nicht so viel in dich hinein, dass du irgendwie kotzt. Und übertreib es nicht komplett. Weil seid ihr bewusst, der Food ist auch in zwei Monaten noch da. Aber genieß es. Aber auch nachdem wirst du manchmal vielleicht ein bisschen mehr essen, als du geplant hast. Und that's okay. Verurteil dich nicht direkt dafür. Aber gleichzeitig sei dir auch bewusst, dass du nicht auf alles scheißen sollst. Du bist immer noch dieselbe Person, wie du es vor der PrEP warst, wie du es in der PrEP warst. Nichts hat sich verändert. Du bist immer noch Athlet. Think about what athletes do. Athleten scheißen nicht auf alles. Vor allem, wenn du jemand bist, der Bodybuilding lebt. Vor allem, wenn du jemand bist, der vielleicht eine zweite Saison machen will. Vor allem, wenn du jemand bist, der diesen Rebound, quote on quote, mitnehmen will. Bist fucking Athlet. Also handle wie ein Athlet. Nur weil die PrEP vorbei ist, ist nicht dein Athletendasein vorbei. Ja, du kannst wieder ein bisschen mehr Flexibilität zulassen. Ja, du hast lange auf Dinge verzichtet. Aber denk dran, dass das alles freiwillig ist. Und dass das Teil dieses Bodybuilding Prozesses ist. Ja, aber genauso ist Post-Prep Teil des Bodybuildings, genauso ist der Aufbau Teil des Bodybuildings. Und du bist in jeder dieser Phasen Athlet oder Athletin. Don't forget that. Du wirst dich noch weniger objektiv sehen als sonst und deine Form wird schlechter werden. Auch objektiv, nicht nur subjektiv. Schlechter kann man jetzt sehen, wie man will. Aber du wirst mehr Bodyfett haben. Du wirst Bodyfett und Wasser an den Stellen haben, wo es dir vielleicht nicht so gefällt. Vielleicht wird dir dein Bauch zulaufen. Vielleicht wird dir die Hüfte ein bisschen zulaufen. Vielleicht ist dein Gesicht paff ja. Ja, du wirst nicht mehr so viele Details sehen, wie du es am Ende der Preview hast. Ideas oder Ideas. Es gehört dazu. Du hast die ganze Zeit einen Look gechased. Jetzt gerade geht es nicht darum, einen Look zu chasen. Jetzt gerade geht es darum, so schnell wie möglich zu recoveren, um dann einen produktiven Aufbau hinzulegen. Und da ist der Look nicht die oberste Priorität. Und du wirst dich manchmal im Spiegel anschauen und du kannst dich fast nicht anschauen. It's part of it. Die Idee ist part of it. Ich kann mich an meine erste Post-Prep erinnern. Da habe ich mich im Spiegel angeschaut und geheult. Weil ich es nicht sehen konnte. Weil ich diesen Diced Look einfach so vermisst habe in dem Moment. Weil ich mir gedacht habe, Alter, ich habe mir das so hart erarbeitet. Und jetzt, drei Wochen später, schaue ich nicht mehr so aus. Objektiv war ich immer noch relativ lean. Aber es war halt nicht mehr so. Aber damit muss man klarkommen. That's part of Bodybuilding. That's part of Prepping. Und du wirst deine Form schlechter finden. Du wirst noch weniger objektiv sein. Du wirst mehr essen als sonst. Du wirst dich lost fühlen. Das Gewicht wird dich triggern. Du wirst denken, du machst vieles falsch. Obwohl du es nicht tust. Und es gibt Dinge, die dann trotzdem noch nicht so laufen, die eigentlich laufen sollten. Das ist das Training. Das Training wird initial nicht direkt durch die Decke gehen. Du wirst dich zwar schon stärker fühlen, aber du wirst immer noch fragil sein. Und du willst nicht übertreiben, weil ansonsten die Verletzungsgefahr einfach groß ist. Das heißt, initial Post-Prep hast du eine Zwischenphase, wo alles beschissener wird und nichts besser. Und damit muss man leben. Denk da nochmal drüber nach. Du hast eine initiale Phase, wo alles beschissener wird und nichts besser. Das ist okay. Weil Step by Step wird alles besser. Beziehungsweise es werden auch initial relativ viele Dinge besser. Aber du wirst sie so ausblenden, weil die Dinge, die nicht besser werden, das meistens überschauen. Und that's normal as well. Wahrscheinlich wirst du länger brauchen, um zu recoveren, als du denkst. Du wirst nicht innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen an einem Punkt stehen, wo du sagst, ich bin recovered von dieser PrEP. Das wird zwei, drei, vier, sechs Monate dauern. Je nachdem. Je nachdem, wie leidend du warst. Je nachdem, wie die PrEP am Ende des Tages ausgeschaut hat. Je nachdem, wie seiten musst du es am Ende. Es braucht Zeit. Und gerade hormonelle Geschichten brauchen fucking Zeit. Und es kann auch gut sein, dass Bodybuilding dir vielleicht für den Moment keinen Spaß mehr macht. Aber wenn du dran bleibst und wenn, denk dran, du bist immer noch dieselbe Person wie vor der PrEP. Wenn du da dahinter bist und dem etwas Zeit gibst, Geduld gibst, nicht zu hart zu dir selbst bist, sondern einfach das hinnimmst, dass es dir gerade jetzt nicht so Spaß macht, es wird wiederkommen. Aber es kann gut sein, und auch das ist normal, dass Bodybuilding dir für eine Zeit lang nicht so viel Spaß macht. That's okay. Denk dran, bist immer noch dieselbe Person, bist weiterhin Athlet. Ein wichtiger Reminder auch an der Stelle ist noch, Essen wird auch in den nächsten Monaten noch da sein. Du musst nicht innerhalb von einer Woche alles gegessen haben, was es auf diesem Planeten gibt. Nicht, musst du nicht. Es wird sich auch nicht so rewarding anfühlen, wie du denkst. In dem Moment ist es geil, aber wenn du eine Woche lang nur Scheiße in dich reingefressen hast, dann einfach sechs Kilo mehr wiegst, dann wirst du dich danach hundert Prozent beschissen dafür. Hundert Prozent. Fakt ist, auch wenn diese Recovery-Phase oder diese Post-Rep länger dauert, als du vielleicht denkst, die Phase vergeht. Sie ist nicht permanent, sie ist temporär. Und ich bin überzeugt davon, sie vergeht schneller, wenn du ihr weniger Aufmerksamkeit schenkst. Das heißt nicht, dass du die Dinge nicht ernst nimmst, sondern das heißt, dass du die Dinge nicht überdramatisierst. Und dass du nicht zu sehr in dieser Post-Prep hängen bleibst, dass du nicht zu sehr an deiner Form hängen bleibst, dass du nicht zu sehr an deinem Bodyweight hängen bleibst, dass du nicht zu sehr an diesem Wettkampf-Szenario von damals hängen bleibst. Wenn du schneller vorausschaust und eher daraufhin inarbeitest, in der nächsten Season besser zu werden, dann wird auch die Post-Prep besser und schneller vergehen. Und nochmal das Reminder. Die Post-Prep gehört zur Prep. Jede Phase gehört zum Bodybuilding. It is normal to slip up. Du wirst Momente haben, an denen du vielleicht ein bisschen mehr isst, als du wolltest. Du wirst Momente haben, an denen du dein Athletendasein vielleicht nicht ganz so auslebst, wie du es dir vorgenommen hast. Und that's okay. It is part of it. Jeder macht Fehler. Aber lern aus deinen Fehlern. Und werf verdammt nochmal nicht alles über Bord. Bleib Strukturen treu. Bleib bei deinem Coach. Halte gewisse Routinen bei, die du dir in der Prep angeeignet hast. Hau nicht alles über Bord. Ich kann dir garantieren. Vielleicht denkst du dann in dem Moment, doch, das ist jetzt genau das Richtige. Ihr habt noch nie jemanden Post-Prep gesehen, der alles über Bord geworfen hat und gedacht hat, der macht es das Richtige, wenn er alles in die eigene Hand nimmt. Und es kam immer scheiße aus. Die Person war vier Monate später an einem Punkt mit 20 Kilo mehr als Stageweight und hat sich beschissen gefühlt. In acht von zehn Fällen. All das, was ich hier sage, sind viele Erfahrungswerte. Fucking viele. Und deswegen versucht ihr das zu Herzen nehmen, was ich hier sage. Und ich glaube, das war es mit dieser Episode. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Input wollt oder Fragen dazu habt, schreibt mir eine DM. Instagram, Sandro, unterstrich, KIT. Wenn euch die Episode geholfen hat, wenn euch die Episode gefällt, dann bitte lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Irgendeine Pisse hat eine 4,9-Sterne-Bewertung, glaube ich, da gelesen. Beziehungsweise eine Vier-Sterne-Bewertung, weil ich habe nicht mehr Fünf-Sterne. Erstmal schauen, ob das jetzt wieder anders ist oder wie immer. 4,9. Ich war so lange bei Fünf-Sternen, oder? So lange. Immer noch 4,9. Also bitte an die Person, die weniger als Fünf-Sterne gegeben hat. Fuck off. Du zerstörst einfach meinen Schnitt. Pisse. Na, aber Spaß beiseite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut's rein. Und bis bald.